Ich bin die Rita. Ich bin die Katja. Ich bin der Thorsten. Ich bin der Müron. Ich bin der Leo. Wir zusammen sind das Trainerteam des BSC Emmettingen und bringen dir das Bogenschießen bei. In verschiedenen Schritten wird dir das Bogenschießen beigebracht. Untertitelung. BR 2018 Bis in ca. 6 Wochen wirst du die ersten richtigen und guten Schüsse auf die Scheibe bringen. Nach einiger Zeit, je nach Trainingsfleiß oder Veranlagung, kannst du dich für eine Bogenrichtung entscheiden. Wir helfen dir natürlich dabei. Und dann könnte mit viel Fleiß, Training und Disziplin das auf dem Treppchen du sein. Auf unserem wunderschönen BSC Gelände wird nicht nur Bogengeschossen. Verschiedene Freizeitangebote wie Grillen, Camping, Schwimmen, Bowling usw. gehören genauso zum festen Bestandteil unserer Jugendarbeit wie das Training. Interessiert? Appetit bekommen? Dann melde dich doch ganz einfach bei uns. Appetit Appetit? Untertitelung des ZDF, 2020